morgen werden weihnachts kekse gebacken gehiste pflanzt ist das jetzt ernst gemein von dir oder nicht dich anschließend aus mann bestimmt polen oder so jetzt muss natürlich auch noch der fäser wieder show me you can have it oh god be this bad bitch be a bad wir sind nur zufällig gelb okay muss ich die musik gelbis leider so zu verstehe die muss wahrscheinlich alleine hehehe ich zahls nicht hehehe hehehe ist ja gut ist ja schonmal gut show me your badness fire Ich hab mich da schon nach draus stammt. Ich schaff's nicht. Haben grüne Kennzeichen nicht auch immer so krank? Aber das haben eben doch nur so besondere. Ich weiß nicht wer so ein grünes Kennzeichen bekommt. Viele Lurke heute ja. Meinst du mich oder den Stiffner? Also ich wurde noch nie von der Polizei angehalten. Seht so unschuldig aus als dass ich was machen kann. Dabei kennen sie mich gar nicht. Ich würde GTA mäßig Leute umfahren. Aber das ist eher dann aus Versehen. Heute waren wir auch, bevor wir gestreamt haben, waren wir noch bei McDonalds und da war einfach ein Typ, der ist ausgeparkt und hat dabei jemanden voll angefahren, der da auf dem Parkplatz stand. Und er ist dann schnell weggefahren. Alle die keine Steuern zahlen bekommen sind. Gemeint! Warum müssen die keine Steuern zahlen? Streamsniper. Sehr gut. Das sind bestimmt gleich Tränen. Hey Streamsniper, wenn du schon da bist. Hallo! Hey Streamsniper. Hi, Meckes. Ja, Philipp. Philipp wollte unbedingt was zu essen. Ich hab mir heute schon Nudeln mit Tomatensauce gemacht. Käse. Parmesan-Käse. Nein, es ist geriebener Hartkäse. Es ist nur Otashi.